Herzlich Willkommen zur DBQ Study Tour, heute in Scheibs in Österreich. DBQ ist ein von der EU finanziertes Projekt im Rahmen von Horizon 2020. Ziel ist es, etablierte Biogas- und Biomassevergasungsmärkte mit weltweit aufstrebenden Biogas- und Vergasungsmärkten zusammenzubringen. Die Holzvergasungsanlage in Scheibs verarbeitet jährlich rund 6000 Kubikmeter Hackschnitzel. Die elektrische Leistung der Anlage beträgt 220 Kilowatt, während die installierte thermische Leistung bei 3 Megawatt liegt. Durch das angeschlossene Nahwärmenetz von 6 Kilometer Länge werden mehr als 170 Haushalte mit erneuerbarer Wärme versorgt. Das für die Holzvergasung benötigte Holz wird bereits als Hackgut angeliefert. Damit in der Vergasung ein möglichst einheitliches Gas produziert wird und um andererseits auch die bestmögliche Gasausbeute zu erreichen, wird das Hackgut gesiebt. Übergrößen werden ausgeschieden, weil sie zu Problemen bei der Förderung in den Schnecken und zu Brückenbildungen im Holzvergaser führen könnten. Feinanteile werden ausgeschieden, weil diese einerseits wenig zur Gasausbeute beitragen und andererseits zu Todzonen in der Vergasung führen könnten. Diese ausgesiebten Holzanteile werden in weiterer Folge in einem üblichen Hackgutkessel für die Wärmeproduktion verfeuert. Der überwiegende Anteil des Hackgutes hat eine relativ einheitliche Größe und wird im Vorfeld getrocknet. Die Trocknung erfolgt dabei mit einem Teil der Abwärme aus der Holzvergasung und soll gewährleisten, dass das produzierte Holzgas möglichst trocken erzeugt werden kann. Damit über die Fördereinrichtung zum Holzvergaser keine Falschluft mittransportiert wird, ist zwischen den Förderschnecken zum Holzvergaser eine Sicherheitsschleuse mit doppelten Verschluss angeordnet. Dadurch ist sichergestellt, dass niemals eine direkte Luftströmung vom Hackgutlager in den Vergaser möglich ist. Bei dem hier eingesetzten Holzvergaser handelt es sich um einen Festbett-Gleichstromvergaser. Dies besagt, dass sowohl das Hackgut als auch die zugeführte Vergasungsluft die gleiche Strömungsrichtung aufweisen. Durch die vor dem Vergaser angeordnete doppelte Sicherheitsschleuse ist gewährleistet, dass in den Vergaser nur Luft aus den Zwischenräumen des Hackgutes mit eingetragen wird. Das Hackgut wird mittels einer Stockerschnecke in den Holzvergaser gefördert, wo der Vergasungsprozess, also die thermochemische Umwandlung in Holzgas stattfindet. Durch Wärmezufuhr wird das Hackgut nun erhitzt und trocknet restlich aus. Bei über 250 Grad Celsius beginnt die pyrolytische Zersetzung, wobei zunächst gasförmige Pyrolyseprodukte und teilweise auch unerwünschte Teer aus dem Holz austreten. Die bei der Pyrolyse entstehenden Produkte wie Teere, Koks, Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid, Wasserstoff und Methan werden in der Oxidationszone teilweise verbrannt bzw. gecrackt. Als Vergasungsmedium wird vorgewärmte Luft verwendet, die über Düsen im Bereich der Oxidationszone durch ein Seitenkanalgebläse eingeblasen wird. Die Luftzufuhr wird dabei so beschränkt, dass nur ein Mindestmaß an Verbrennung erfolgt. Dies wird unterstöchometrische Verbrennung genannt. Durch die teilweise Oxidation wird genau jene Energie bereitgestellt, welche für den Prozess erforderlich ist. Der Prozess ist somit autothermal. In der Reduktionszone wird anschließend das bei der Verbrennung entstehende Kohlenstoffdioxid und Wasserdampf an der heißen Holzkohle zu Kohlenstoffmonoxid und Wasserstoff reduziert. Durch die besondere Bauart und Regelung des Vergasers wird das Holzhackgut in ein sehr teerarmes Holzgas umgewandelt. Eine ungleiche Beaufschlagung des Holzvergasers mit Hackgut könnte einerseits zu Flammendurchbrüchen und andererseits zu Totzonen führen. Beides sind Ereignisse, die den Prozess der Holzgasbildung wesentlich stören und sind daher unbedingt zu vermeiden. Dies wird einerseits durch die Hackgutvorbereitung als auch im Holzvergaser selbst durch einen Verdichtungsstößel und letztlich durch den im unteren Bereich angeordneten Drehrost erreicht. Nach dem Austritt des Holzgases aus dem Holzvergaser wird dieses zuerst in einem Wärmetauscher auf ca. 110 Grad Celsius abgekühlt und anschließend in einem trockenen Gewebefilter gereinigt. Damit der Gewebefilter nicht verklebt, dadurch seinen Durchgang und Reinigungsleistung verliert und somit vorzeitig ausgetauscht werden muss, ist ein möglichst trockenes und teerarmes Holzgas unbedingt Voraussetzung. Um dieses teerarme Holzgas zu erreichen, wird das eingesetzte Hackgut auf ca. 10% Wassergehalt vorgetrocknet. Zudem muss das gebildete Holzgas bei der hier eingesetzten absteigenden Vergasung vor dem Verlassen des Vergasers noch die heiße Reduktionszone durchwandern. In dieser erfolgt unter hohen Temperaturen und bei Luftmangel die Reduktion des Holzgases und auch der erforderliche Teerabbau. Letztlich erfolgt auch die Abkühlung des Holzgases nur bis zu jener Temperatur, bei der eine Kondensation von Teer vermieden wird. Der Gewebefilter selbst ist mit einer automatischen Abreinigung ausgestattet. Die dabei anfallende Holzasche wird wiederum mittels Schnecken ausgetragen, durch ein Wasserbad befördert und in einem Lagerbehälter bis zur Anwendung als Kohlenstoffdünger zwischengelagert. Das gereinigte Holzgas verlässt den Gewebefilter und durchströmt einen weiteren Sicherheitsfilter, bevor es zur Gasregelstrecke des BHKWs gelangt. Nach der Gasregelstrecke dient es zum Antrieb des Motors für die Strom- und Wärmeproduktion. Während des Startbetriebes des Holzvergasers und bei einer Holzgasqualität, die für den BHKW-Betrieb noch nicht geeignet ist, erfolgt die Verwertung des Holzgases über eine Notfackel. Die gesamte Anlage wird von einer zentralen Steuereinheit überwacht und geregelt. Ebenso erfolgt hier auch die Überwachung aller Sicherheitseinrichtungen. Letztlich erfolgt eine automatisierte Dokumentation aller Abläufe und Störungen. Die Steuerung regelt grundsätzlich die Anlage selbstständig auf die vorgegebenen Zielparameter hin. Diese können aber jeweils auch selbst angepasst bzw. weiter optimiert werden. Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der virtuellen DBQ Study Tour. Wir hoffen, Sie haben interessante Informationen über die Vergasung von Haku zur Erzeugung von erneuerbarem Strom und Wärme in Scheibs erhalten. Schauen Sie doch mal auf unserer Homepage vorbei und haben Sie einen schönen Tag! www.haku.com 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 www.haku.com